Vidmi vs. YouTube Das Design von YouTube ist etwas übersichtlicher und bietet auf Kanälen mehr Raum für Individualität. Aber auch das Vidmi-Design ist zeitgerecht. Außerdem hat Vidmi den Vorteil, dass man immer sieht, wie viele Zuschauer sich gerade ein Video anschauen und wie viele Leute sich gerade auf einem Kanal befinden. Dass man auf Vidmi keine Dislikes geben kann, hat Vor- und Nachteile. Zum einen sieht man nicht sofort, wenn ein Video schlecht ankommt. Somit ist es schwerer, als Creator sofort zu reagieren. Allerdings verhindert dieses neue System auch Hitwellen. Die Monetarisierung ist auf Vidmi viel besser gelöst. Neben den normalen Werbeanzeigen gibt es noch die Möglichkeit, kostenpflichtig zu abonnieren oder zu spenden. Folgen kann man den Web-Video-Creatern natürlich trotzdem. Ein Nachteil, den Vidmi hat, ist der noch nicht ganz ausgereifte Botschutz. Es ist also möglich, durch Programme mehr Views zu generieren, als das Video eigentlich hat. Ob Vidmi sich allerdings wirklich durchsetzt und zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten von YouTube aufsteigt, wird sich zeigen. Das hängt zu einem Großteil von der derzeitigen YouTube-Generation ab.